Können wir hier eigentlich auch? Ne, hier kann ich nicht durch. Ja, schön. Der Junge ist krank. Ja, ein bisschen schlecht. Liegt auf dem Sofa und versucht mich nicht zu bewegen. Das ist ja gut. Hier ist eine Taschenlampe. Ich habe ja ganz viel Lust, bei diesem Game mit Taschenlampe zu arbeiten. Ach du Scheiße. Das ist ja mal ganz andere... Oh Gott. Wow, warum? Also, ich finde das irgendwo cool. Aber es ist auch creepy as fuck. Okay. Okay. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Warum muss ich denn... Das Schlimme ist, irgendwann müssen wir wahrscheinlich in so einem dunklen Raum uns sneaky bewegen, wo wir die Taschenlampe uns quasi... Äh... Wie nennt sich das? Parät. Deswegen will ich die gar nicht so oft anmachen. Also so lange eigentlich. Ich habe ein bisschen Schiss davon. Oh nein, ich brauche Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug. Weil wir kriegen die Tür nicht auf ohne Werkzeug. Okay. Da hinten ist eine Tür offen. Da gehen wir jetzt mal gucken. Ohne Taschenlampe. Weil da ist ja Licht. Hallo? Is anyone here? Uh, wir können... Ja, wir brauchen ja bestimmt Dosen zum Werfen. Für diesen Knopf. Schnarcht da jemand vor sich hin? Also, ich frage nur. Da ist wieder so ein Fernseher, den wir ausschalten müssen. Wir müssen wieder... Das habe ich auch noch nicht verstanden. Warum gibt es in diesem Game diese Fernseher? Und warum muss ich irgendwelche Sender da drinnen einstellen? Und dann werde ich rein teleportiert und dann wieder raus teleportiert? I don't get it. Ist das so nicht richtig? Also, irgendwas muss es ja zu bedeuten haben, weil jedes Mal werden wir hier rein teleportiert. Zu dieser Tür mit diesem... Auge. Und wir versuchen dann Richtung Tür zu rennen. Und während kurz vor der Tür werden wir wieder zurück teleportiert. Na gut, kurz vor der Tür ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist schon ein paar Meter noch weg. Aber was bedeutet das? Ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Okay, aber wir sind hier erstmal alleine. Okay, da oben ist ein Schalter. Da sind zwei Sicherungen. Hier ist ein Fahrstuhl. Oh Gott, das sieht... Und in dem Teddybär ist ein Schlüssel. Laut dem Röntgenbild da hinten. Und hier geht es dann nochmal weiter. Warum geht es denn... Oh, warum ist denn das so riesig? Achso, weil wir diesen Teddybär mitnehmen müssen. Teddybär, kommen Sie mal mit. Wir müssen Sie einmal untersuchen. Wieso hat denn der so einen Klimperaffe dabei? So, wenn ich jetzt Teddybär hier hinlege. Und ich mich jetzt hier ran hänge. Okay, ich sehe... Der Affe hat den Schlüssel. Ich dachte, der Teddy hätte den Schlüssel. Äh, okay. Gut, wie kriegen wir jetzt aus diesem Teddy... Äh, aus dem Affen... Den Schlüssel raus. Also, weil hier drinnen wird er ja nicht... Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich wollte doch nur gucken, kurz... Ich... Woll... Ich wollte gar nicht runter. Okay. Okay. Kann ich... Nimm doch! Er nimmt nicht. Warum können wir das? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was ich mache. Möge ich hier wieder raus? Okay. Okay, warte, 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 warte. Vielleicht... Ist... Ist das der falsche Weg? Okay, warte, wir haben hier noch einen Schalter. Wir drücken jetzt den Schalter. Mal gucken, was passiert. Schmeiß mal den Teddy da rein. Achso. Gib. Schmeiß ihn da rein. Schmeiß ihn doch da rein. Ja. Ja. Jetzt. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Er will... Gib ihm doch! Denn... Gib ihm mir! Gib ihm mir. Gib ihm... Gib, gib! 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 Er gibt ihn mir nicht. Okay. Wait. Also ich hätte jetzt gedacht, wir müssen den da verbrennen, weil der hat doch den Schlüssel drin, oder nicht? Oder sollen wir den... ...aufschneiden? Auf den Reihen da. Ja! Habe ich ja auch gedacht, aber er lässt halt den Affen nicht los. Also ich will mal kurz was testen, ne? Weil nicht umsonst gibt es dieses Röntgenbild mit diesem Schlüssel drauf. So. Bei dem Teddy ist nichts drin. Wir haben hier aber noch mehr Teddys. Ne? Wir haben ja hier noch den Hasi. Ach nee, ist ein Hund. Ist ja gar kein Hasi. So, den packen wir jetzt auch mal hier vorne hin. Pflup! Ich gehe jetzt mal hier nach hinten. So. Ich gehe jetzt mal hier hin. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Bring. Ist ja schön, dass da der Teddy ist. Also die... Ähm... Okay. So, wir haben hier noch einen größeren Teddybär. Warte mal, da hinten geht es ja bestimmt noch in die... Ne, geht es nicht. Ne, sonst noch irgendwas Feines. Hier haben wir sonst auch nichts weiter, ne? Ne. So, jetzt packen wir den hier noch mal kurz hier hin. Aber ich glaube auch der wird nichts bringen. So. Jetzt nochmal hier ranhängen. Doch. Okay. Ja, 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 ja. Ihr habt alle... Der hat auch einen Schlüssel in sich. Sehr gut. Das heißt, den nehmen wir jetzt mit. Den werde ich jetzt definitiv erstmal zum Verbrennen bringen. So, ich hoffe, dass er denn hier auch mitmacht und den Affen dann da auch reinpackt. Das wäre von Vorteil. Damit wir halt nur einmal anmachen müssen. Lalalalalala. Lalalala. Coca-Cola Light. Coca-Cola Normal. Jetzt schmeiß da ihn da rein. Ja, haasi. Und hallo Mutti. Danke für die Vorlassung. So, jetzt kriegen wir zwei Schlüssel. Ich habe keinen Schimmer, wo wir diese Schlüssel... Wo wir... Wo wir die herholen. Also, äh, wo... Äh, aber die herholen ist gut. Wo wir die benötigen. Nimm doch. Nimm doch den Schlüssel. Und wo ist die andere Schlüssel? Ich dachte, wir kriegen zwei. Wo ist denn der zweite? Haben wir den jetzt auch schon eingesteckt? Oh, schauen wir mal. Da schauen wir doch einfach mal... Ich habe auch gar keinen Schimmer, wo wir die Schlüssel, wie gesagt, einsetzen sollten. Im besten Fall. Weil was wir gefunden haben, sind oben die, ähm... Falsche Taste. Äh... Sind die... Sind die Sicherung? Ja, mal da oben. Also, die leuchten hier fleißig vor sich hin. So, hier haben wir aber einen Schlüssel. Können wir den verwenden. Okay, nice. Äh... Gar nicht unheimlich so bei... ...den Puppendingern. Hellooo. Ich mag ja sowas... ...gar nicht so... ...finde ich gar nicht so... ...toll. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, warte. Hier kann ich... ...mit Hilfe hoch... ...und kann ich jetzt von hier aus aufmachen? Nein. Heißt, ich komme hier nicht ohne Hilfe wieder raus. Das finde ich nicht so optimal. Also, ich mag so den bewegenden Puppenhänden gar nicht. ...und cool. Echt un-cool. Okay. Scheiße. Wie mache ich denn das? Also, ich muss... ...hä... ...hä... ...ich dachte... ...hä... 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 ...scheiß... ...eiskehltes Händchen. Oh Gott, wie mache ich denn das jetzt? Haus Benivito. Ja, Melli gar nicht gut. Scheiße. Vor allem, wo muss ich hin? Geh mal weg. Geh... ...gehst du weg. Oh Gott, ich dachte, er kommt jetzt auch noch da noch mit. ...hä... 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 Nein. 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 Lass mich. Gott. Dieses... Ich mag ja wirklich dieses eiskalte Händchen gar nicht. I don't like... ...kann ich... ...kann ich... ...kann ich... Please. kann ich nicht ich dachte ich kann von tisch zu tisch springen okay warte ich sollte vielleicht den hammer nehmen so mach du mal deine aktion ja okay ich wollte dich zerschmettern jungen aber okay wird wird es weight 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 for it komm her trau dich kommst du jetzt hier raus ich spreche deine pfoten so jetzt der zweite hier wo bist du komm hier ran ich habe ja noch ein hammer für dich der lässt mich jetzt in ruhe der kleine lachsnacken ich trau dem frieden noch nicht trau dem frieden so gar nicht gar nicht ah ok aktuell ist das zweite eiskalterhändchen ruhig noch so sicherung nummer eins warte mal kann ich den hammer auch darüber schmeißen nimm den hammer mit ich nimm ihn nimm ihn doch nimm ihn nicht nein was sind das für geräusche was machst du da alles cool mit dir alles soweit okay cool wir gehen zurück weil wir haben jetzt das was wir wollen wir haben die erste sicherung mal rein snip und gehen jetzt mal auf die an die reseide scheiße wir müssen die sicherung noch mal mitnehmen sorry damit habe ich nicht gerechnet jo jo hello jo jo nimm noch nimm noch die sicherung jetzt nein du sollst die mitnehmen dankeschön so ok und hier hoffen wir jetzt dass wir noch eine zweite sicherung gleich finden damit wir den fahrstuhl wieder in betrieb kriegen sooo dalle sooo dalle hm 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 ich weiß ja nicht ich hab so ein bisschen bedenken und ein bisschen angst aber gut sooo dalle waaat Okay, wait. Kann ich einfach an dir vorbei? Geht das? Nein. Geht natürlich nicht. Warum? So, wenn ich dich jetzt loslasse. Pssst. Nein. Okay, die Viecher haben Angst vor Licht. Oh Gott, ich seh nichts. Also, ich weiß ja nicht. Das ist schon ein bisschen alles creepy. Ich will doch nur ne Sicherung finden. Ne stinknormale Sicherung. Okay. Du Scheiße. Du hast... Hast sie ja nicht mehr alle gesehen. Was ist hier? Oh Gott. Es sind ja gar nicht so viele. Don't, 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 don't. 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 Woher wissen die denn, dass ich da bin? Also machen die das an Geräuschen abhängig? Woran? Ich renne jetzt da durch. Ich war... Ich war doch... Nicht, also... Mindestens... 500 Meter war ich noch entfernt. Das ist ja jetzt nicht dein... Dein Ernst. Ernst, Gustav, Sonnen. Okay. Du bewegst dich. Und... Nein, nein, nein. Steuerung. Scheiße, Steuerung. Steuerung! Wo ist hier hin? Ich... Ey, habt ihr schon mal versucht, so zu steuern? Mit dem... Ich will nach da. Ich... Ich will... Weißt du, ich bin dieses Spielfigur. Ich möchte mit der Taschenlampe nach da. Er macht alles andere, nur nicht dahin, wo ich hin will. Okay. Okay, okay, okay. Don't. 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 Das ist schlimm. Das ist einfach schlimm. Ich... Ich... Weiß nicht, wie ich das machen soll. Pass auf, ich hab ne Idee. Wir triggern sie. Und locken beide. So. Ja, ja, ja. Das hat mal semi-gut funktioniert, würde ich sagen. Ich wollte beide quasi... Ne? Damit die halt... Hintereinander, nebeneinander stehen. So. Weil wenn ich den jetzt hier angucke... Dann wird der hier geil. Macht, was ihr wollt. Ich bin weg. Ich bin weg. Nein, nein, nein. Nein, nein. Don't. Nein, don't. Don't. Okay, ich darf mein... Wait. Wait. Ich komm nicht weiter nach da. Nein, nein. Wir bewegen uns nicht. Wir be... Nein, Taschenlampe, du gibst nicht den Geist auf. Nein. Don't. Don't move. Don't. Fuck. Hilfe. Hilfe. Okay. Wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir haben es geschafft. Oh, das war gar nicht... Gruselig. Hey, 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 hey. Warum gibt es denn jetzt so eine Puppen, die auf Licht reagieren? Was ist... Was... Warum? Ich dachte, die machen demnächstens nach Geräuschen oder so. Aber nein, sie müssen nach Licht reagieren. Kann ich hier rein? Ich möchte hier rein. Nein, ich... Okay, ich kann auch nicht rein. Hey, 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 hey. Ho, ho, ho. Ey, ich fahr doch Das ist alles cool Alles easy, peasy Und so Okay, aber die Sequenz ist ja Ist ja glaube ich egal Ne, also weil Da ist ja unabhängig jetzt von Licht Außer, dass die halt mich erschrecken Wie sonst was Don't, don't Jetzt Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist Ich krieg das mit Ich krieg das distanzmäßig Ich raff das nicht Ich, warum nicht Wo ist, warum hab ich da so ein Problem mit Ganz schlimm Was ist das hier überhaupt Warum ist hier so ein Auge Warum, warum, warum Käse Ich, also ich krieg das Warum krieg ich das nicht hin Okay, kann ich eventuell diesen Käse mitnehmen Um ihn einfach irgendjemanden in die Hand zu drücken Ich raff's nicht Okay, ich kann mit dem Käse nix machen Aber es muss doch dafür einen Begriff geben Warum ich das so von der Tiefenwahrnehmung nicht ordentlich hinbekomme So Hier sind wir jetzt ganz links Äh, ganz rechts So, jetzt gehen wir wieder nach hier So, und ich weiß Ich muss jetzt So leicht schräg Ey, also ich seh es ja Ich muss jetzt